Ja lol, als ob ich das nicht irgendwie ein Triathlon... Wo denn? Ach hier, da wo wir unten, da rechts, ja. Können wir hier die Dinger benutzen? 1 Dollar durch das Fernrohr zu schauen. Aha. Quietsch, quietsch, quietsch. Toll. Quietsch, quietsch, quietsch. Quietsch, quietsch. Ich hab ihn. Die Möwe. Gekreuzt von der anderen Möwe. Verdammt, das ist langweilig. Aber wahrscheinlich kann man auf der anderen Seite irgendwas schönes sehen. Ach, geh doch hier die Treppe hoch. Mann. Mir gehts gut, Mann. Du bist. Entschuldigung. Was ist das für mich? Ich werde nicht gut gehen. Klaue einen Bugstar-Transporter bei HS. Ein paar Transporter von Bugstar stehen bei den Lagerhäusern in den Hafen von Los Santos. Sie haben Wachleute. Also schlag hart zu oder schlech dich von hinten rein. Okay. Bin dabei Ausrüstung, weil dauernd bis wir Schmuck kaufen gehen können. Haha. Verbring den Rest deines Ruhstands am besten mit der Familie. Wir haben hier noch ein SMS von Aktienhandel. Michael, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt mal in die Aktionsbörse reinzuschauen. Aktions-Aktienbörse. So. Äh. Hier ein Link. Den kannst du mal umsehen. Äh. Kauf. Billig. Verkauf. Teuer. Ähm. Dann schauen wir mal Rinder. Was haben wir denn für Aktien hier? Ähm. Achso. Scrollen. LFI. Kurswert Veränderung ist runter. UNI. SSS. Ach du Scheiße. Kann man das anklicken? Treiben wir Kraft im Markt. Dann schauen wir mal Rinder. Ich kenne mich ja mit Aktien gar nicht aus. Was ist das hier? Aktueller Kurs. Kurs Bewegung. Veränderung im Prozent. World Wide FM. Aha. Ne lass mal. Lass mal stecken. Klar kann man bestimmt da ganz gut Kohle mitmachen. Ich hab Hunger. Aber. Ach geht das nicht? Ach. So. Aber wie dem auch sei. Egal. Was gibt's denn hier eigentlich alles? Ich hab hier gerade schon gesehen gehabt wo wir hier unten rechts angekommen sind. Und hier ist ne Achterbahn. Da. Das interessiert mich mal. Kann man hier selber was machen oder was das für Stände? Seemst du nicht. Naja. Life Ring. Lebensretter Ring. Gedöns. Komm. Beweg dich doch mal schneller. Wir haben ja leider nichts anderes außer laufen. Ach Mensch. Jungs sagt doch sowas ja nicht. Wir sind live. Hallo. So hier. Alter Falter. Wie wärs mal ein bisschen. Oh Mann. Wo geht's denn da rin? Da hinten. Das ist mal cool. Aber. Irgendwie bin ich hier äh völlig falsch. Oder? Ey lass mich doch mal durch hier. Komm. 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 Ah ja. Jetzt sind wir auf dem Jahrmarkt hier. No Shrimps. Und 48. Okay. So. Achterbahn zu fahren. Ein Fahrt. Kostet 15 Dollar. Komm. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Hier. Die Levitation. Äh. Drücke um die Fahrt zu überspringen. Das macht ja Sinn. Wir wollen das ja sehen hier. Außer. Und hoch geht. Und runter. Noch nicht. Ja. Ernsthaft. Boah. Wie langweilig ist das denn. Würde mich rollen. Boring. Da vibriert ja noch nicht mehr das Pad. Wie langweilig ist das. Okay. Es vibriert aber langsam. Oh, wühh. Ah. Ernsthaft. Ohne Worte. Ohne. Worte. Ohne. Ohne. Rennst du, f***häd. Ey. Alter. Alter, bleib stehen hier. So, hier, Nachricht. Ah, Betäubungsgaslieferung geht alle zwei Stunden zu LSX. Fang einen ab und klau den Transport oder jag ihn hoch und schnapp dir das Gas. Ausrüstungsgegenstelle. So. Ähm, das hier hatte ich gerade gesehen. Das interessiert mich gerade nochmal. Kommen wir hier runter, ohne uns irgendwo wehzutun? Yep. Indem wir hier ins Wasser springen. Yeah. Das tat ein wenig weh. Aber mir mehr als dir quasi. Ach, hier steht sogar noch unser... Boat. Aber kann man jetzt hier einfach nur das Boot sich schnappen oder was? Ah. Egal, wir nehmen uns den Pickup hier. Im Übrigen hat der eine Anhängerkupplung, wo ich hier gerade den Anhänger sehe. Geht das jetzt, äh, GTA? Oh. Oh. Na komm schon. Spring an. Jawoll. Hier, mal gucken. Ob das geht, aber ich glaube nicht. So, angenockt oder auch nicht. Auf jeden Fall können wir das Ding, äh, den Trailer gemütlich, äh, ins Wasser schieben. Hm. Auch wenn der Wagen, äh, das nicht dran ist. Naja. So, ähm, wir besorgen uns mal das Auto. Und zwar sind wir da und wollen nach... Wo wollen wir denn hin? Ne, so weit müssen wir bestimmt nicht fahren. HS für Raubüberfall, Vorbereitung in 2 von 2. Und da ist, äh, 1 von 2... Na gut, nehmen wir den. Solange cruisen wir hier über den Strand ein wenig. Mit unserem geborgenen Auto. Die Strandküste entlang quasi, die Strandpromenade. Äh, ich glaube, wir hätten schon längst irgendwo links abbiegen können, äh... Äh, lasst mich durch. Hallo, Schika. Klappt nicht. Egal. Klappt nicht. Hupe funktioniert. Dann wollen wir mal hier die Straße entlang. Und dann irgendwo da vorne rechts. Alter, bin ich gut. Haha. Und das mit diesem dicken Auto. So, ich hoffe, ich... Beziehungsweise, ich weiß jetzt gar nicht, was das da war. Ob wir da jetzt das Gas bekommen haben oder das Auto klauen mussten. Ich glaube, wenn es 1 von 2 ist und 2 von 2 ist, dann wird das wahrscheinlich... Ähm... Ups. Dann wird das aller Wahrscheinlichkeit, äh, ups, ähm, das Auto sein. Dann verlieren wir den hier. Aber nicht schlimm. Und dann... Uu... 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 Funny Kerl oder was? Ups. Ja. Ja, mach doch halt Platz. oh man jesus ach ja ich habe natürlich das schnellste auto wieder der welt ausgewählt aber so muss das schneller geht es halt nicht hätte auch einen bus nehmen können geht sowas eigentlich freie ich mich könnte ja mal mit dem bus strecken abfahren das war doch auch bei gta-team so würde ich das jetzt aussehen weil ich habe hier nichts gemacht ich bin unschuldig ich war ja kein hammer aber der ist so eh nicht ein hammer auch ziemlich ähm monströs der wagen ist halt schwer zu bändigen so eine kiste würde ich mal sagen so klau einen buckstar transporter hier könnte es sein dass wir anhänger anhängen können so okay lass mich raten wir müssen hier beim strömenden regen geht auch nicht infested cheats for plant we got hazardous materials in here step outside we got a crazy blabia 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 woops wo ist denn der psychopathen egal ein bisschen auf ruhe hier damit das ganze ein bisschen spannend wird oh scheiße mein gut dass der wagen nicht gerade äh scheiße ist ja 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 wo sind die alle so kacke und und schuldigung kein problem wir kriegen das geregelt hängen die bullen ab wow okay 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 ja super gute gute strecke gute strecke gute strecke sollte man öfters machen klappt sehr gut mal lalala lalala ähm fahren wir mal hier lang irgendwie durch die pampa hier so oh nein auch gut abgehängt sauber sehr gut so Supply bridge die hebt und senkt sich würde ich mal behaupten mit meinem unwissenden Unwissenheit hier. Okay. Es regnet ein wenig, aber es macht ja fast gar nichts. Die Straßen sind auch nicht wirklich schlecht, glaube ich. Ein bisschen so Aquaplaning und so, gehst du. Hier. Okay. Noch 1 Kilometer. Wow. Wow. 100 Meter. Sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, dass wir heute eine Meteranzeige haben. So. Fast am Ziel. Äh, hier links. Ah ja, genau. Aber halt. Müssen wir den Wagen. Ja, hier. Genau. Ah. Abparken. Bestanden. Heimtückische Plage. Verstehe ich jetzt nicht. Egal. Nevermind an der quasi Stille, was? Ah, Telefon. Hey, Lester. We got a Pest Control Van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. Irgendwie haben wir immer noch ein bisschen Blut auf dem Rücken, würde ich mal behaupten. Wie wäre es, wenn wir uns verarzen lassen, irgendwie? Nun, aber dies und weiteres in der nächsten Aufnahme. Ich werde jetzt ja ganz kurz einen Break einlegen und wir hören uns dann gleich wieder. So, und willkommen zurück. An gleicher Stelle. Neben diesen schönen Automaten hier. Okay. Weiter im Programm. Und zwar werden wir jetzt noch mal das andere Equip holen. Und zwar das da. den Wegpunkt haben wir... Oh, Jesus, really? So, falsche Taste. Ja, Punkt setzen wir. Nochmal genauer. Jetzt brauche ich ein Auto. Quasi. Wo ist eigentlich mein Auto? Und mich interessiert immer noch das mit dem Truck, ob das funktioniert. Ich will ein Auto und kein Spielzeug. Gib mir ein Auto. Was kommt denn da? Auch kein Auto. Ach Gott. Äh, nee, will ich nicht. Ach komm, wir nehmen hier mal den Golferschnitt. Jön, raus da. Zack. Würde mal sagen, dass das ein Golferschnitt oder was meint ihr? Oder so, so ein Seat, ähm, Ibiza oder so. Irgend so ein Kleinwagen. Geht aber ganz gut ab. Au. Ei. Und, naja gut, okay. Habe ich doch glatt mal wieder die, die Route verpasst hier. Wow, wow. Okay. Handling gleich null. Kein Problem. Oh, am besten rammen wir die Bullen. Damit wir einen Stern hier uns holen. So, hier wollen wir jetzt, äh, alle zwei Stunden, äh, ich hoffe, das passt jetzt von der Zeit her, den, äh, das Gas besorgen. Äh, nee, warte mal. Hier ist das gar nicht. Verdammt. Wieso ist denn die jetzt da hinten? Na gut. Fahren wir mal weiter. Kein Problem. Machen wir doch glatt quasi. Ja. Hoppa. Zack, zack. So. Ach, der fährt. Alles klar. Äh, klau den Transporter oder die Ladung. Wir klauen den Transporter. Ey, hi. Was? Nein, das ist er gar nicht. Scheiße. Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Wir brauchen noch ein bisschen Equipter für euch. Aber wir werden es ja probieren. Macht ja nichts. Da vorne fährt er. Ja, der da ist es. Ups. Halt mal an hier. Halt mal an hier. Halt einfach mal an hier. Meine Fresse. Oh, 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 oh. Bullen. Bullen. Aua, aua. Das klappt ja gut, will ich mal sagen. Äh, äh, äh. Jag bau, boah. Ja, Mann. Ah, Herr. Vielen Dank.